Grüß dich, ich bin Juliana und ich bin im zweiten Ausbildungsjahr als Kosmetikerin im Hotel Hüttenhof. Also meine Tätigkeiten im Hotel Hüttenhof sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Kosmetische Behandlungen, aber es gehören natürlich auch Massagen, Peelings und Packungen dazu. In meiner Ausbildung bereitet mir am meisten Freude, dass alles sehr abwechslungsreich ist, weil man kann Gästen immer wieder was Gutes tun. Es ist einfach schön, wenn man danach das Lächeln in ihrem Gesicht sieht und einfach sieht, dass sie was verändert hat, zum Beispiel bei kosmetischen Behandlungen. Einfach, dass es ihnen gut getan hat. Möchtest auch du unseren Gästen einen neuen Anstrich verpassen? Dann bewirb dich jetzt!